Jey, willkommen zurück! Wir haben die Jägerkarte und eine nächste Errung geschafft. So, so, so. Gehen wir mal zurück. Gehen wir mal eben, Mini, komm mal her. Du hast bestimmt das ganze heute, was ich dir gegeben habe, schon wieder weggepackt. Ne, hat sie noch. Achso, warte mal, bleib mal hier. Die packt nämlich das Holz immer in irgendwelchen Sachen rein, um sie die gar nicht reinpacken soll. Achso. Gehen wir die Sachen wegpacken? Achso, warte mal, wir haben den... Aber mir fehlt noch Eisenbarren. Was hat mich hier gesagt in der Wüstenwelt? Eigentlich müssen wir mehrere Portale machen. Ähm... Wie jede Welt, irgendwie, aber da hab ich gerade keine Lust drauf. Ähm... Eisenbarren kommen da gar nicht mehr rein. Oh, die Knochen kommen da rein. Ähm... Knochen. Ähm... Eisenbarren, glaub ich, da drinnen. Ja. So. Hast du noch das Holz oder hast du es schon wieder weggeschmissen? Nein, du hast es halt auch, okay. Oh, Fasern. Oh, hei, 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 hei. Oh, hei, 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 hei. Oh, hei, 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 hei. Fernsefasern kann ich nehmen. Ähm... So. Jetzt müssen wir eine Jagdkarte erstellen. Äh, Jagdkarte. Brauchen wir bestimmt wieder beschichtetes... Beschichtetes Papier. Hier. Das da. Und das da. Äh... Geld? Ah. Jagdkarte. Jägerkarte. Achso, Jagdkarte. Jägerkarte haben wir. Was war denn mal die Jägerkarte? Du verbesser... Spielen sie die Karte, um den Ertrag durch getötete Kaltons zu verbessern, Um gleichzeitig die Schaden an Schwachstellen zu erhöhen, So wie bei den Normaleintragungen zu reduzieren. Ehh, das könnten wir mal spielen. Die Jägerkarte. Achso. Ich muss die Sachen noch wegfangen. So, jetzt gehen wir mal runter zu unserem Portal. Obwohl, wir könnten auch einfach eins bauen. Wir können auch einfach eins bauen. Ähm, wo haben wir denn die? Ich hab da auch noch jede Menge Sachen. Ähm. Bauholz, Waren, Draht und... Hm, ich kann's nicht hinstellen. Honey. Ich kann's nicht hinstellen. Oh, jetzt kann ich's hinstellen. Okay. Barren, Draht, jetzt muss ich mal gucken, äh, Bauholz, äh, jetzt muss ich mal Draht gucken, Kohle, Schwefel, Draht, Draht, Arbeiterklasse 2 wollte ich nicht benutzen dafür. Draht, Eisenbahnen. Und... Da ran. Achso, und ich brauche dieses komische... Das Zeug da. Ich kann haben was. Äh. Ich hab ja auch Halt. Machen wir gleich zwei, oder? Machen wir gleich zwei, oder? Ich hab keinen Synchron-Lotus mehr. Okay, gut zu wissen. Dabei haben wir so viel eingesammelt. Dabei haben wir so viel eingesammelt. Ähm. Zinnbahnen. Zinnbahnen. Achso, Nicult. Der Karab habe ich da noch? Einen. Ja, ich stehe. Meine Nase läuft, ey. So. Äh. Äh. Achso, Draht brauche ich noch. Äh. Achso, Draht brauche ich noch. Ich weiß, dir meinenhdal ist. Danke. Oh, wir müssen da mal pennen gehen. Oh, wir müssen da mal pennen gehen. Oh, direkt bis morgen schlafen. So. Tagebuch. Herz eines Eloten nehmen. Wateröl nehmen. Die Sachen haben wir alle. Das Lustige. Da ist das Herz. Da ist das Dings. Und das Öl brauchen wir noch. Ja. Haben wir alle. Ja, schließen sie die Quest, der Zauber, der Läufer ab. Schließen sie die Quest, das Herz des Eloten ab. Das haben wir alles. Ähm. Probe ich nochmal irgendwann bringen die Sachen weg. Das haben wir alles. Tatsächlich. Äh. Äh. Das Eisen war da dran. Achso, das Eisen muss ich ja mitnehmen. Aber wir machen das trotzdem, damit ihr das seht. Ähm. Jäger... Jägerwüste brauche ich, glaube ich. So, erstmal muss ich die... Was ist denn die Jägerwelt? Ich habe gar keine Jagdkarte. Ich habe eine... Was ist denn so? Jagdkarte. Äh... Angst vor der Dunkelheit. Urphäusen. Die Kosten errostet ihr Werkzeug und Händen sind so... Äh, Trage... Warte. Spielen sie die Karte aus, um ihre Stärke und Tragekapazität auf Kosten der Rebustheit ihrer Werkzeuge zu erhöhen. Äh, das ist nicht cool. Ähm, Feldfrüchte. Unendliche Nacht. Ich will den Schimmerzinterbind... Äh, Essen umzufinden. Chance, um die Chance Essen zu finden, erhöhen. Ja, bitte. Die hätte ich gerne. Jetzt wird es wieder lila. Jetzt wird es wieder lila. Gut. Ähm, Karte. Das Problem ist... Lustig ist... Okay, mal gucken. Wo war denn? Ähm... Wir könnten in Ioten mal gucken. Wir gucken mal beim Ioten. Ich finde Ioten im Jagdwald. Jagdwald. Okay, Jagdwald. Ähm... Weitkarte. Und hier Karte. Die Düsternis-Karte... Können wir ja auch nochmal in ein anderes Mal hier reingehen. Achso, jetzt brauche ich ja wieder ein bisschen... Ich mag die Musik, wie sich das aufbaut von dem Portal. Das ist voll geil. Dieses Dün-Dün. Dün-Dün. Das ist voll cool. Braucht das noch ein bisschen? Jetzt kriegen wir mehr Essenzen. Also, wenn wir gegen den Tüten und so kriegen wir Essenzen, die wir brauchen. Ich habe keine mehr. Oh, es ist all der Rupa. Oh, es ist all der Rupa. So. Das wird jetzt los, ich... Ähm... Am... Ah, Stirlwild haben wir die Sachen. Das ist cool. Aber der Feldturm ist direkt in die Richtung. Also, würde ich jetzt mal fast behaupten, wir gehen mal in die Richtung. Wenn wir jetzt gucken können. Wie gesagt, vielleicht finden wir auch einen Ioten. Ich weiß aber nicht, was der Iod haben will. Tatsächlich. Ich weiß nicht, was der... Du kannst dem Ioten Sachen geben. Also, wir haben ja schon bei dem kleinen Ioten gesehen, dass du halt so ein Opfergabenportal links kriegst. Wenn du dem aber das Falsche gibst, ist der halt böse. Du bist ja süß. Schade. Ähm... Oh, was bist du? Du bist wieder so eine... Jetzt guck ich mal eben. Mal gucken. Ich hab das Gitter dazu gemacht. Warum auch immer. Hier, ich hab das Gitter dazu gemacht. Ah, okay. Ah, damit die hier nicht hochgelaufen kommen. Deswegen ist das Gittertor... Okay, dann mach ich das nicht kaputt. Dann mach ich das nicht kaputt. Die Kiste ist hier sonst nirgendwo. Losi, bleib mal stehen. Schreit mir zu hart. Ja, bitte. So. Besser. Gibt's noch den Einweg da oben? Anscheinend. Ey, loser. Jetzt lädt wieder auf. Wir dürften ja nur hier durchkommen. Hier, also da lang. Gibt's denn noch einen anderen Weg? Mal gucken. Oh mein Gott, ey. Da kommt zwei Dicke. Wo ist der andere Dicke? Da ist der Dicke. Ja, ich weiß, ihr mögt mich nicht. Solange der auf mich geht, ist mir das egal. Aber die beiden Dicke dürfen nicht auf das Dräht. Wow. Das ist cool. Hat mich gerade auch runtergeschlossen? Nummer eins. Aber da doch. Okay, Nummer drei. Will die rennen schon mal nach unten? Mini ist sehendruhig, wie immer. Da sind sie. Werde ich? Oder lungert hier noch irgendwo Anna rum? Oh nein. Nein, 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 nein. Also. Oh, ist aufgeklappt. Donnerbüchsenkarte. Cool. So, haben wir Nummer eins fällig. Ähm, müssen wir mal gucken. Da hinten ist der Turm. Seht ihr den da? Oh, was bist du denn? Okay, 700 Schuss habe ich gemacht. Was bist du? Ja, was kriege ich von dir? Von dir krieg ich bestimmt auch nur wieder Fell, oder? Oh, mein Gott, der. Und ne Pferde bei dir. Hi. Oh, der Bär hilft mir. Nein. Ey. Ich bin nur hier zum Helfen. Hallo, der Bär mich noch helfen. Ja, Puck, ich weiß, du magst es gar nicht. Aber das ist mir gerade egal. Puck ist bestimmt wieder nur am... Oh, wer kennt's auch? Oh, der magst du auch gar nicht, wenn ich ihn ignoriere. Oh, der ist da hinten da. Puck, ich kann gerade nicht. Aber, was willst du? Puck ist doch gefragt, ob du dich nicht, wie eine solche Bässe geboren war und konntest. Der Einfluss niederer Trey zeigt sich niemals stärker als in diesem... The Lesser Fae ist neer seen more strongly than in the mortal lives they twist. Much like yourself, these curiosities found themselves enmeshed in magical workings they could not fathom. Released from some hapless ritual or another, they returned home to find they weren't the question you must ask when next you hunt a fabled one is this. Are you putting this creature out of its misery or destroying something single? Ja. Ich würd's nicht machen, wenn das für mich nicht angreifen würde. Was sind das für Riesenkaliberknochen, ey? Vellkopf. Ich würd's ja nicht machen, wenn sie mich nicht angreifen würden. Mein Gott, kommt da viel raus. Ähm. Was wir mal immer machen, ist wie... Ich weiß nicht, die Dialoglautstärke von unserem Lieben ist ein bisschen laut, finde ich. So. Äh. Wo hatte ich gesagt? Irgendwo da hinten. Oh, ich hab nichts zu essen drinnen. Äh. Nein. Ah. Okay. Die Viecher möchte ich nicht nochmal begegnen. Den möchte ich tatsächlich nicht nochmal begegnen. Aber wir haben eins abgeschossen. Das ist schon mal. Sehr gut. Oh, was ist das da? Was bist du? Erdschimmer. Ach, da ist Schimmererds. Das sieht hier so schwarz aus. Aber was haben wir hier? Oder? Oh. Oder? Oh. Oof. 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 Guck, verschreckt dich halt, aber easy. Ich weiß, hier hinter mir was singen. Oder? Der ist bestimmt hinter mir aufgetaucht. Das kann natürlich auch sein. Hört er das? Wo ist das? Da vorne ist es. Mal gucken. Einmal pennen. Hoppala. Was bist du denn? Oh, warum ist diese Biff? Das hatten wir auch schon. Wie gesagt, ich mache eine komplette Folge, wo ich alles vorlese, was wir eingesammelt haben. Was ist das? Das ist das, was das ist aber auch real. Das ist das, was das ist auch real. Das ist unser Freund! Hallo! Unser... Ich weiß nicht, mich erinnert ja immer an Prinzessin Mononoka, an den Hirsch. Oh, da sind Wolfs-Dings? Reduction. Da sind wieder Wölfe. Alter! Also wenn du Pilze und so suchst, dann... Jagdwelt! Auf jeden Fall sehr gut. So. Äh, wir müssten fast da sein. Oh, guck mal. Was haben wir denn hier vorne? Natürlich sind ja wieder Wölfe. Kann's auch anders sein. Äh, da ist wieder Klettern angesagt. Wo kommt ihr denn jetzt her? Oh, guck mal. Oh, guck mal. Äh, guck mal. Ich bin sehr gut. Oh. Oh, guck mal. Oh. 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 Nein, hat er uns jetzt weitergekillt? Er hat uns weitergekillt. Ich fand die Blutung in der Blutung, gesagt. Ich habe keine Tränke mehr, oder? Was gucke ich eigentlich? Ich habe meine Sachen gerade verloren. Verpisst euch! Da gibt es keine Bedürfnisse. Okay. Hier ist nix. Da komme ich nicht durch. Ähm, Alphawand? Ja. Okay, ist keiner hier so eine halbfertige Basis. Die sind beide jetzt durch das doofe Feuer gransch. Zwei Idioten. Da ist noch was zu essen. Hier ist aber auch keine... 230. Nicht mal andersweise komme ich da ran. Erst noch eine Kiste. Was ist hier denn der Wendigkeit im Gange? Ja. Eben warten. Du hast jetzt nicht wirklich Brennstoff reingepackt, du Polonus. Ja, auf der Brennstoff reingepackt. Das hat sie jetzt verdient. Danke. Die hat da wirklich Brennstoff reingepackt. Das war nicht das. Was seid ihr? Ist das dein Ernst? Bein, den Polonus guckt grad so, als würde ich dem mit Freuden das Leben nehmen. Ehrlich ist das nur Notfall. Wenn die mich hier angreifen würden, würde ich das auch nicht machen. Alter, wie viel denn denn noch? Alter, du lässt sie jetzt nicht wieder auferstehen. Nein, 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 nein. Nein. Hau ab. Na klar, sind die wieder da. Oh, das ist ein Witz. Hau ab. Äh, ich... Manchmal hasse ich diesen Bogengeist. Ja. Oder wegfliegen. Passiert. Okay, wo ist ein Mini? Da. Ah, Erzstreben sind das. Hier brauche ich dich eigentlich, welche von. Ich brauche da eigentlich von den Erzstreben was. Oh, die Viecher sind da oben. Oh, die Viecher sind da oben. Oh, die Viecher sind da oben. Hier hör mal. Jetzt haben wir unsere Sachen wieder. Oh nein. Papier ist nicht doch. Mit dir will ich doch keine anlegen, ey. Weil ich bin in der Jagdwelt. Da ist schon wieder so ein Weg. Jungs, ich habe noch nicht mal mein Leben wieder. Oh, meinst du? Entschuldigung. Wo kommst du denn jetzt her? Äh da. Dumm oder so? Dumm oder so? Oh, zweitens bin ich noch dran. Schön. Dumm oder so? 1.200ern? 1.200ern? Oh, ja, ja, ja. Verpässt dich doch einfach. Nee, ne? Ich hab kein... Hau ab! Oh, tot. Tot. Noch ein Rund. Oh! So, ich wollte eigentlich hier nur gucken, was das hier ist. So, ich weiß nicht, was das hier ist. Okay, wieder K2-Sensen. Jetzt war ich da oben noch nicht mal drauf gucken. Da oben ist eine Kiste. Ehrlich? Da ist noch eine Kiste. Oh, hi, Trank. Mini, komm mal her. Schiefer kannst du auch nehmen. Die Barren kannst du auch nehmen. Okay. Oh, okay. Boom, boom, crap. Yeah. Oh, ja, bin ich gut. Sieht er gerade? Warte. Äh, wo war jetzt der Fae-Turm? Da oben. Boom, boom, clap. Bitte lasst mich jetzt in Frieden und zu dem scheiß Fae-Turm gehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir beim Pae-Turm sind. Tschüss. Also bei der Macron. Und das Kiste hat mir ganz Jim Croции guitars, ich hat es mir schon viel a pen. Vielen Dank.